Mein Name ist Armin Knust. Ich bin Betriebsleiter hier bei Veolia in Zelle. Wir kriegen täglich mehrere hundert Tonnen Abfälle auf die Anlage. Die LKW, die hier reinkommen, haben also Hausmüll geladen oder auch Papier oder auch Folie oder andere Wertstoffe. Wir sind hier ein tolles Team und nicht nur das Team, was hier in Zelle zusammenarbeitet ist gut, sondern ich kann das für mich sagen. Als Betriebsleiter gibt es natürlich auch noch mal das Team der Betriebsleiter in der Region oder auch in Deutschland. Da ist ein guter Austausch untereinander. Da hilft man sich gegenseitig, wenn man Probleme hat. Die Mitarbeiter, die wir hier haben, das sind häufig Mitarbeiter, die auch schon sehr lange dabei sind. Wir suchen grundsätzlich Kraftfahrer. Ohne die Kraftfahrer wären wir hier einfach nur ein großes Gelände und es wird sich nichts tun. Das heißt, die Kraftfahrer, die wir brauchen, die sollten flexibel sein, die sollten Spaß am LKW fahren haben, denn wir haben hier wirklich eine Menge zu tun.